Hallo zusammen, es ist wieder die Zeit für den Move of the Week. Und so sieht es heute aus. Jetzt, nicht so schwer. Sitze dahin. Wir haben die Hand rechts oder links. Hinter der Rücken. Ihr rollt auf die Schulter. Das Bein geht hoch. Jetzt versuche ich mit dem Arm die Hübe zurück auf den Kopf. Und die Freeze. Push. Freeze. Viel Spass mit mir.